Hi, Servus Olli, ich bin der Nicola Seifert und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Connect Company hier in Stuttgart. Wir vereinbaren B2B Termine für unsere Kunden. ProVisual habe ich gefunden, es war eine Empfehlung, die zu mir kam und dann habe ich natürlich gegoogelt, habe geschaut auf der Webseite und hatte dann direkt Kontakt mit euch und habe dann direkt gemerkt, okay, das Float ist viel Kompetenz und auch ein gutes Gefühl dabei und dann haben wir direkt losgelegt. Also mir ist es wichtig, also für die Connect Company in Stuttgart, für die Webseite, dass wir ja zum einen eine sehr ansprechende Webseite haben, wo es darum geht, ein paar Bilder zu zeigen, dass die Kunden direkt ein gutes Gefühl bekommen für die Webseite und ich habe einfach gemerkt, dass das wichtigste Medium und die wichtigste Visitenkarte die Webseite selber ist. Das heißt, SEO ist auch ein sehr entscheidender Punkt, also dass man eine Sichtbarkeit bekommt durch die Suchmaschinen, dass die Leute die Connect Company finden können und dafür habe ich den Anspruch von ProVisual nicht nur für die Bilder, sondern auch für die SEO-Optimierung in Anspruch genommen und ja, das ging sehr schnell, also wir hatten uns schnell geeinigt und eine Woche später stand das Filmteam auch direkt vor der Tür. Die sind reingekommen, wir haben verschiedene Aufnahmen gemacht vom Office aus über Stuttgart und ja, dann wurden die Sachen eingebettet in die Webseite, die Keywords, die SEO-Texte wurden optimiert und ja, ich glaube einen Monat später war die Webseite schon gelauncht und dann haben wir direkt schon die Resultate gesehen, die sich darin geäußert haben, dass sogar internationale Kunden, also zum Beispiel einer aus Belgien, uns gesucht hatte, uns gefunden hatte unter Connect Company oder beziehungsweise B2B-Terminvereinbarungen und dann ist es wirklich direkt losgegangen. Wir haben ein Projekt gehabt und das Projekt war nach zwei Monaten abgeschlossen, war ein sehr erfolgreiches Projekt, wird wahrscheinlich auch noch Folgeprojekte kommen und jetzt merken wir, okay, es kommt einer pro Woche über die Webseite, was vorher einfach noch nicht passiert ist. Also ich würde ProVisual auf jeden Fall weiterempfehlen, beziehungsweise es ist auch wirklich schon passiert. Hier in Stuttgart gibt es eine Agentur, die auch im Automotive-Bereich unterwegs ist und ja, Resultat kennen wir ja. Also die ersten Drehtage sind schon gebucht. ProVisual – Deine Full-Service Agentur